Habe ich euch erschreckt? Das ist gut so, denn jetzt kommt unser Monster-Tanz. Seid ihr bereit? Wollt ihr auch zu Monstern werden? Dann zeige ich euch jetzt, wie der Tanz geht. Achtung! Super einfach. Am Anfang hört man ein Türgeräusch, wie so eine alte, knarzige Tür. Und ihr macht diese Tür auf. Und wenn die Tür offen ist, dann kommen Schrittgeräusche. Geht ganz leise auf die Schrittgeräusche. Ein bisschen nach vorne. Wenn ihr viel Platz habt, dann geht ihr ein bisschen weiter nach vorne. So, und dann kommt plötzlich so ein Schlag. Und wenn dieser Schlag kommt, dann verwandelt ihr euch zum Monster. Und werdet riesengroß und macht große Arme und große Krallen. Das macht ihr ein paar Mal. Und dann kommt in der Musik plötzlich ein... Und wenn das kommt, dann empfangt ihr den Blitz. Und dann geht es vier Schritte nach rechts mit den Schultern angewinkelt oder mit den Händen angewinkelt. Und die Schultern zucken immer nach unten, unten, unten. Und auf dem vierten Schritt klatschen die Hände. Dasselbe macht ihr nach links. Eins, zwei, drei, vier. Und dann kommt ihr nach vorne. Eins, zwei, drei, vier. Und geht wieder nach hinten. Eins, zwei, drei, vier. Und für alle die, die bei mir schon mal den Tanz in den Kursen gemacht haben, jetzt kommt etwas Neues dazu. Ihr hebt hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann geht ihr mit dem linken Fuß raus. Und nehmt die Hände in die Hüfte. Und geht immer mit der Schulter hoch. Ein, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal. Bis ihr wettgedreht seid. Und dann dreht ihr euch wieder um. Und der Tanz ist fertig. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auf Musik. Seid ihr bereit? Let's go. Achtung. So, jetzt muss ich schnell rennen, weil dann kommt gleich das Türgeräusch. Und los geht's. Auf. SDNuch. Super. Wo금. Super. 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 Das war's für heute. Das war unser Monster-Tanz und ich hoffe, ihr habt zu Hause ganz, ganz viel Spaß beim Üben und ich würde mich freuen, wenn ihr mir Videos davon schicken würdet. Und jetzt viel Spaß mit dem Monster-Tanz auf Michael Jackson Thriller!